Handstand laufen, posieren, Hauptsache keine Liegestütze, Übungen für nette Kerle, wir messen uns mit Liegestützen, Kniebeugen und Haltungen, Liegestütze bedeutet ein schnelles Tasten drücken, nein bitte nicht, bei Kniebeugen geht es um Tempo und Genauigkeit, bei Haltung geht es um Einschätzung und Timing, stürzen wir uns jetzt auf die Kristalle, also wenn das Liegestützen Ding genauso schwer ist wie bei zwei, dann habe ich verkackt, Kniebeugen und Haltung sollte ich aber easy hinkriegen, oder Kniebeugen, obwohl das ist schwer, okay, aber Liegestützen könnte schwer werden, fuck, Komm, 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 okay, oh nein, das ist viel easier als bei zwei, viel, viel easier als bei zwei, bei zwei habe ich ja so Schwierigkeiten gehabt, aber das ist ja einfach, okay, Wenn du den Rhythmus raus hast, wird es schneller, je mehr Kniebeugen gewinnt, okay. Boah, ganz knapp gewonnen. Die Schildkröte in Zeitlupe, Hintergrund. Achte auf das richtige Timing und drücke die Taste, wenn sich das Tasten so in der Mitte der Jutsu-Markierung bewegt, drückst du die Taste genau im rechten Moment, perfekt, dann bekommst du eine hohe Punktzahl, wähl deine Haltung und strebe eine hohe Punktzahl an, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Okay, das ist so zu easy sein. Okay, perfekt gewonnen. Er hatte keine Chance. Ich hätte sogar die erste Runde verlieren dürfen, aber keine halben Sachen. Sieben rote Kristalle, juch. Der Machtanzug. Der Machtanzug. Ja. Zurück ins Dorf. Ich meine, wenn da jetzt wieder der Gedenkstall aufgekreuzt wäre, wäre ich wahrscheinlich da hingegangen. Aber vielleicht ist er auch nur Story-mäßig da, und sonst nicht. Azuma. Glockenläuten. Nöwo. Wann ich den Lungen? Wann ab? Wann schauen Sie, wenn es das ist? Wann, wenn ich den Lungen zumrative Bruch habe? Wann ich? Das finde ich. Das ist gut, wenn ich das schon richtig herriffelte. Es ist ein Wann. Vielleicht wird es auf der Gedenkstallge-mitte. Ich will aber, wo das... Ich will jetzt drei Bruch haben. Der Bruch ist ganz gut. 2 1 2 3 3 3 3 So Man, Asuma Also wenn ich das innerhalb von 30 Sekunden hinkriege, dann solltest du das in der Hälfte der Zeit hinkriegen, anstatt überhaupt nicht. Was? Ich bin hier! Ich bin hier, woher ich bin? Oh, was ist das? 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 Wie ist das? Das? Oh, was ist das? Oh, wie ist das? Oh, das ist das. Das war's für heute. Nach einem anderen Tag habe ich noch einenigere Bewerbe. Man muss der muss sein, also ich bin schon ein Experiment am Tag. Aber ich glaube, ich habe eine andere Leistung für mich zu spielen. Das stimmt. Ich finde, ich habe es throwing es an Sie. So, ist das Mister, oder? Ich hab mich noch einen Kniegeruch dafür gefühlt. Ich bin hier, ich bin hier, aber ich bin da nicht gut. So, weil ich habe hier noch einen Kniegeruch. So, ja. So, ja, das ist gut. Zwei blaue und sechs rote. Okay, er war aber fleißig. Also was, Rotobi? Blablabla. So. Reich das nicht langsam, Alter, wer kann denn noch so viel sammeln? Oh. Was ist das? Ja, Kurene. Ich wollte nämlich erst sagen, weil Kurenai gibt es nämlich gar nicht als spielbaren Charakter im Spiel. Deswegen dachte ich schon her, als ob ich jetzt gegen die Kämpfe. Naruto's Baumklettern. Weiche den Ästen aus und klettere den Baum hoch. Sammle Geschwindigkeit-Items, dann wirst du schneller. Deine Zielzeit ist 1 Minute 10 Sekunden. Schaffst du das, erkenne ich deine Fähigkeiten an. Tu dein Bestes. Ach ja, das Gute, alte Baumklettern, das wird nie alt. Oh Gott, Alter. Motion wird des Todes auf Du. Oh Gott, okay. Touché. 1 Minute 10 Sekunden. Oh Gott, okay. Touché. Ja gut, klar, schaff ich jetzt easy. Oder auch nicht. Äh, doof. Alter. Mach doch jetzt nicht. Diesen Käse. Oh, Konoha bei Nacht ist aber echt schön. Wollte ich schon zugeben. Fünf blaue und fünf rote. Ja? Wollte ich schon. Wenn du dich gesehen hast, dann wirst du dich unterstützen. Ich bin schon zugeben. Ich bin schon zugeben. Aber das ist nicht so. Ich bin schon zuerst. Ich bin schon zuerst. Oh. wer weiß, wer weiß fehl den Spatz auch nicht was sagt Geruka das ist neu auch leer ja wo soll ich dann hin dann hab ich legit niemanden wenn ich ansprechen kann ich weiß nicht wo ich hin soll dann jetzt habe ich ja schon mit allen geredet oder ist das falsch oder muss ich nochmal den ich gehe mal in die heißen Quellen rein auch nicht was geht denn jetzt ab oder aber doch wer auf dem Trainingsplatz versteckt und ich habe es nicht gesehen das ist ja komisch ich werde glaube ich gerade verarscht was steht da in der Ecke hier ist eine Glocke vom Pistall auch ein roter dann Kuro ok aber als ob jetzt hier kein Event mehr kommt so das ist doch nicht normal ich glaube es ist nicht so in Erinnerung auf jeden Fall ich glaube es ist ich fand es ich bin ich bin ich bin ich bin Komisch, komisch. Vielleicht muss ich halt diese Randoms besiegen, um in der Story vollzuschreiten. Das war ein blauer Zwerberotter. Ah, Sasuke, denke ich mal. Oh, oh, oh. Nicht so, dass er das ist. Das war's für heute. Dann schauen wir doch mal, was der gute Sasuke so zu bieten hat. Dann schauen wir doch mal, was der Kugel ist. Ja, blocken ist nicht. 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 Das sollte aber mehr als genug sein. Ja, blocken ist nicht. 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 Ja, blocken ist. Ja, blocken ist nicht. 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 Ja, blocken ist nicht.